Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch etwas über mich erzählen und über mein Ribbon Baby. Also ich bin Vanya und ich interessiere mich schon für das Thema seit einem knappen Jahr und habe mein Ribbon Baby schon ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Mein Ribbon Baby heisst Lars, er ist der Bausatz Levi von Bonnie Brown und er schaut so aus. Und auf meinem Kanal möchte ich euch einfach zeigen, was mein Leben mit Ribbon Babys einfach ist, wie ich es führe und hoffe, dass ihr meine nächsten Videos auch noch anschaut und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!